9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In der Wüste von Nevada herrscht Hochspannung, an diesem 6. Juli 1962. Auf dem Testgelände des US Department of Energy läuft der Countdown zur Zündung einer Atombombe 200 Meter unter der Erde. Ihre Zerstörungskraft entspricht mehr als 100.000 Tonnen des konventionellen Sprengstoffes TNT. Damit ist sie achtmal stärker als die Bombe, die Hiroshima dem Erdboden gleichmachte. Die Atomenergiekommission AEC und das Pentagon wollen so testen, wie mit Atomexplosionen große Mengen erdreich bewegt werden können, um zum Beispiel Schifffahrtskanäle oder Hafenbecken freizusprengen. Um 10 Uhr Ortszeit reißt die Detonation in wenigen Sekunden 12 Millionen Tonnen Gestein aus dem Wüstenboden von Nevada. Sie hinterlässt den größten Explosionskrater der Menschheitsgeschichte. Fast 400 Meter breit und 100 Meter tief. Der Atompilz steigt auf rund 5 Kilometer Höhe und treibt nach Nordosten ab. Dieser Atomtest unter dem Codewort CEDAN war die wohl verheerendste nukleare Explosion auf dem Gebiet der USA. Keiner der mindestens 1000 Versuche auf dem Testgelände in Nevada setzte mehr hochgefährliche Radionukleide frei. Der Fallout kontaminierte selbst tausende von Kilometern entfernte Bundesstaaten wie South Dakota, Iowa und Illinois. Dabei diente CEDAN nicht direkt der atomaren Hochrüstung im Kalten Krieg. Der Versuch war Teil des Projektes Plowshare, Flugschar, mit dem Kernphysiker wie Edward Teller Vorgaben zu erkunden, wie sich Atom- und Wasserstoffbomben für zivile Zwecke einsetzen lassen. Nuklearexplosionen können genutzt werden, um zu der großen Kunst beizutragen, die ich geografisches Ingenieurswesen nennen möchte. Landschaften nach dem eigenen Geschmack zu verändern und Gesteine aufzubrechen, damit sie ihre Schätze freigeben. Rund ein Jahrzehnt zuvor, am 8. Dezember 1953, hatte US-Präsident Dwight D. Eisenhower vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sein Atoms-for-Peace-Programm vorgestellt. Kernkraft sollte fortan zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden. In der Medizin, der Landwirtschaft, im Bergbau und zur Energiegewinnung. Atomkraft schien Regierungen in Ost und West damals ein Wundermittel technischen Fortschrittes. Das mutet heute so ein bisschen haarstreibend, blödsinnig an. Aber in der damaligen Zeit gab es eine ganze Reihe von Ideen über den Nutzen der Atomenergie, den man heute vergessen hat. Sebastian Pflugbeil, Physiker und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz. Man hat Fahrzeuge und Flugzeuge sich vorgestellt mit Kernreaktoren, Betrieben, Schiffe, die mit Kernenergie laufen. Es gab in der Landwirtschaft eine ganze Reihe von Projekten, mithilfe von Radioaktivität die Landwirtschaft zu verbessern. Das ist alles in der Versenkung verschwunden. In 1957, ein 3-day-Model des Ford-Nucleons wurde von der Ford-Motor-Kompany. Ford präsentierte 1957 den Nucleon. Eine Studie des Autos der Zukunft, heißt es in einem Spot, den man auf YouTube sehen kann. Nach der Dampfmaschine und dem Otto-Motor ein Gefährt, das mit Kernbrennstoff betrieben werden sollte, mit einem kleinen Reaktor zwischen den Hinterrädern. 8.000 Kilometer sollte der Kernbrennstoff reichen, bevor er an eine Art Nuklear-Tankstelle ersetzt werden musste. Noch spektakulärer waren freilich Visionen, Atomsprengsätze im Ingenieurswesen einzusetzen. Als mögliche Anwendungen priest die US-Atomenergiekommission, Schifffahrtskanäle zu graben, Gebirgspässe tiefer zu legen und so den Straßen- und Eisenbahnbau zu erleichtern. Unter Tage riesige Kavernen freizusprengen, in denen sich Erdgas oder Trinkwasser speichern lässt. Strom zu erzeugen, indem man Wasser durch solche glühend heißen Kavernen leitet und verdampft. Erze im ganz großen Stil aufzubrechen und so den Bergbau zu verbessern. Manche Historiker sehen das Projekt Plowshare freilich eher als politisches Manöver des Kalten Krieges. Eisenhower wollte, so vermuten sie, die Sorge europäische Verbündeter zerstreuen, die US-Nuklearrüstung ziele auf einen Atomkrieg in Europa. Der damalige Leiter der US-Atomenergiebehörde, Louis Strauss, wird in einem Bericht des britischen Senders BBC mit den Worten zitiert. Die friedlichen Anwendungen nuklearer Sprengsätze sollen hervorgehoben werden, um weltweit ein günstigeres Klima für die Entwicklung und den Test von Atomwaffen zu schaffen. Vor allem zwei Kernphysiker priesen im Auftrag des Pentagon die zivile Anwendung der Atomkraft. Herbert York, Gründer des Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien und sein Nachfolger Edward Teller. In einem Werbefilm der Atomenergiekommission sagte der Seit einigen Jahren versuchen wir im Lawrence Livermore Labor, die unglaubliche Kraft der Atomtechnik unter Kontrolle zu bekommen und sie für nützliche Zwecke einzusetzen. Deshalb studieren wir, wie sich Atombomben verhalten und wie wir ihre Kraft auch für nicht-militärische Zwecke einsetzen können. Der in Budapest geborene Teller war jüdische Abstammung. Er hatte 1930 bei Werner Heisenberg promoviert und war fünf Jahre später in die USA emigriert, wo er wie Herbert York am Manhattan-Projekt mitarbeitete, der Entwicklung der US-amerikanischen Atombombe. Seine aberwitzigen Visionen gelangten in die Planungsstäbe der US-Regierung und wurden als Aufbruch in ein neues Zeitalter verkauft. Doch die amerikanische Bevölkerung war alles andere als begeistert. Die schrecklichen Bilder der im August 1945 zerstörten Städte Hiroshima und Nagasaki und zehntausender verbrannter und verstrahlter Menschen waren noch sehr präsent. Die Parole der zivilen Anwendung war, vermutet Sebastian Pflugbeil, Ein Tarnmanöver, das man gesagt hat, Hiroshima und Nagasaki ist unappetitlich, das müssen wir irgendwie übertünchen. Wir brauchen irgendeine nette Fassade, dass man eben nicht bloß diese furchtbaren Bomben bauen kann, sondern dass man eben auch für friedliche Zwecke die Atomgeschichte nutzen kann. Diese friedliche Nutzung der Atomenergie ist zur damaligen Zeit völlig fiktiv gewesen. Die Energiekonzerne, die haben sich überhaupt nicht dafür interessiert. Und man musste die erst zum Jagen tragen, mit vielen staatlichen Subventionen, sonst wäre das gar nicht in Gang gekommen. 1958 hatten die USA, Großbritannien und die Sowjetunion bereits mehr als 200 Atomtests unternommen. Und die Winde hatten die radioaktiven Teilchen, den Fallout, um den ganzen Globus verteilt. Die Weltöffentlichkeit war besorgt. Selbst im Polareis fanden und finden sich bis heute Spuren der Radioaktivität. Die Sowjetunion schlug einen Teststopp vor. Aber die US-Atomenergiekommission AEC und das Pentagon wiegelten ab. Sie wollten die Technologie weiterentwickeln, um ihre nuklearen Waffenlager nicht verringern zu müssen. Doch der Druck der Öffentlichkeit wuchs, nachdem die Verseuchung hunderttausender Menschen und ganzer Landstriche nicht mehr zu verheimlichen war und auch die europäischen NATO-Partner auf ein Abkommen drängten. Ungern setzten sich die USA mit Vertretern der Sowjetunion an einen Tisch und verhandelten über Abrüstung und Teststopp. Doch bei den Verhandlungen in Genf ging es nur um Kernwaffen. Also erfand Teller ein neues Projekt. Die enorme und gewaltsame Kraft einer Atomexplosion kann durchaus für friedliche Zwecke benutzt werden. Wir nennen dieses Projekt Plowshare. Der Grund für diesen Namen liegt auf der Hand. Plowshare bedeutet Pflugschar, die Schneide des Pfluges, die sich tief in die Erde gräbt. Eine Anspielung auf das Motto »Schwerter zu Pflugscharen« aus dem Buch Micha der hebräischen Bibel. Neben der AEC waren auch US-Unternehmen an der nuklearen Pflugschar interessiert. Sie hofften, beim Bewegen großer Erd- und Felsmassen Zeit und Geld zu sparen. Tatsächlich waren die Zahlen beeindruckend. Ein Sprengsatz, der mit herkömmlichem TNT 250 Dollar kostete, kam mit dem in Kunstdüngern enthaltenen Billig-Sprengstoff Ammoniumnitrat auf nur 4,50 Dollar, wurde vorgerechnet. Und mit der Technologie einer Wasserstoffbombe auf nur 7,5 Cent. Auch bei der Panama Canal Company wurde man hellhörig. Die Gesellschaft plante einen zweiten Schifffahrtskanal durch Mittelamerika, denn der Panama Canal schien keine langfristig verlässliche Route mehr. In der Kanalzone hatten Demonstranten bereits wiederholt die Rückgabe des an die USA abgetretenen Territoriums gefordert. Das US-Außenministerium hatte deshalb bereits in anderen Staaten vorgefühlt, ob dort Interesse an einer neuen Verbindung zwischen Karibik und Pazifik bestünde. Teller legte Präsident Eisenhower einen Brief von George H. Roderick vor, des stellvertretenden Heeresstaatssekretärs und zugleich Vorstandsmitglieds der Panama Canal Company. Ein mit konventionellen Mitteln gebauter neuer Kanal würde eine Investition von 2,25 Milliarden Dollar erfordern, rechnete Roderick vor. Durch den Einsatz nuklearer Sprengsätze könnten die Kosten auf 650 Millionen Dollar gesenkt werden. Im Bericht der AEC heißt es, Während hochexplosive konventionelle Sprengstoffe den Fels nur zerbrechen und das Geröll nach der Sprengung mit mechanischem Gerät weggeräumt werden muss, verursachen nukleare Explosionen so große Krater, dass das Wegräumen von Geröll nicht mehr notwendig ist. Die Kosten der mechanischen Räumung – aufladen, wegfahren und woanders abladen – sind dadurch verglichen mit denen einer nuklearen Explosion um ein Vielfaches höher. Mit konventionellem Sprengstoff würden die Kanalbauarbeiten bis zu zehn Jahre dauern, mit Nuklearsprengsätzen dagegen nur zwei bis drei Jahre, behauptete der AEC-Bericht. Und die Umweltverschmutzung würde sich in Grenzen halten. Es würde kein signifikanter Beitrag zum weltweiten Fallout erfolgen. Das geplante Jahrhundertbauwerk nannten Spötter bald den Pan-Atomic-Kanal. Um ihn zu bauen, plante die AEC, eine Serie von Kernsprengsätzen so zu platzieren, dass nach ihrer Detonation eine Reihe miteinander verbundener Krater entstehen würde. Die kürzeste der möglichen Kanalstrecken durch Nicaragua hätte freilich mehr als 100 Kernexplosionen erfordert. Längere Varianten hätten bis zu 250 Kernexplosionen nötig gemacht, mit einer Gesamtsprengkraft, die 10.000 Mal stärker gewesen wäre als die Hiroshima-Bombe. Für die zur Vorbereitung nötige Testphase schlug Edward Teller dem US-Präsidenten das Projekt Chariot – Streitwagen – vor. An der Nordwestspitze Alaskas sollte mit fünf Wasserstoffbomben ein Hafenbecken und ein Zugangskanal freigesprengt werden. Die Atomenergiekommission warb damit, dass durch den Hafen Rohstoffe wie Erdöl und Kohle abtransportiert werden könnten. Dass solche Rohstoffvorkommen an der arktischen Küste noch gar nicht gesichert waren und die Gewässer so weit im Norden fast das ganze Jahr über vereist und für Tanker und Frachtschiffe nicht befahrbar waren, schien keine Rolle zu spielen. Für Chariot hatte Teller den thermonuklearen Ditchdigger, den Grabenbagger, konstruiert. Enthusiastisch verhieß er, die Atomenergiekommission könnte einen Hafen in der Form eines Eisbären sprengen, wenn nötig. Falls Ihr Berg nicht am richtigen Platz sitzt, schicken Sie uns einfach eine Postkarte.